Sepp Kratzer, der Kontroller, sieht zwar nicht, was dort oben passiert, aber er kann sich nicht vorstellen, dass das regelkonform ist. Und wenn ich jetzt meinen Regisseur Werner Witterer richtig verstanden habe, dem er da etwas gesagt hat, während ich gesprochen habe, ist es nicht immer ganz einfach, dann hat er mir gerade erklärt, dass Miran Teppesch einmal zugesagt hat, er darf unter Vorbehalt springen. Das heißt, selbst wenn Gregor Schlierensauer da jetzt gut hinunterkommt, wird das mit Sicherheit noch einmal zu diskutieren sein, ob es überhaupt zu werten ist, denn diese Konstruktion mit Sicherheitsnadeln und Klebeband muss erst die Materialkontrolle bestehen. Eieieiei. Ja, das ist blöd. Ja, es ist eh, ich bin, so eine Situation haben wir noch nie gehabt. Und eben, der Reißverschluss muss ganz zu sein, weil deswegen erinnert man sich um, das war in, ich glaube, in Oberstdorf, oder wo hat man einen Wladimir Zografsky disqualifiziert, weil der Anzug nicht ganz zu war. Zografsky war schon ein paar Mal disqualifiziert, das war in Oberstdorf. Aber er tut eh alles dafür. Er bemüht sich, das darf man keinen Vorwurf machen an Gregor. Hoffentlich hält diese Konstruktion. Schau, seine Freundin, die beißt sich schon ihren Hals durch, durch die Nervosität, keine Frage, er ist dieser am Balken. Andi, hoffentlich hält das. Hoffentlich hält diese Konstruktion. Ja, damit er wenigstens einen Schabillen-Sprung machen kann, von dem her. Es haben sich da jetzt wirklich viele Mühe gegeben, alle haben alles getan, um ihn da irgendwie in Adjustierung zu bringen. Ja, der Sprung ist ja super, der ist ja großartig. Schau mal nach, ein Wahnsinn. Das ist ein, schau, er holt sich gleich einen Anzug zu. Eieieiei, der ist aufgegangen. Ich fürchte, der ist aufgegangen. Ja, er holt sich gleich einen Anzug zu, er ist versucht, ja, jetzt muss er schauen. Ich glaube, er weiß es. Ich glaube, er hat irgendwie das Gefühl. Ich glaube, er fährt gleich zum Sepp hin, schau, was jetzt. Was soll. Aber schau, da den Sprung an. Der Step oben ist er mal runtergegangen, man hat es flattern gesehen. Aber das war unter diesen Bedingungen ein Traumsprung. Flug vom Gregor. Hey, technisch perfekt entschlossen. Das ist oft, schau, der war in Gedanken einfach so abgeliefert und hat es einfach laufen lassen. Das war ein intuitiver Sprung, außer Vollgas. Vormittag Pech mit Wind und jetzt passiert ihm das mit einem Supersprung. Jetzt die Haltungsnoten, auf die bin ich gespannt. Ja, schau, da Alexander Böndner freut sich noch. 186 Meter waren es. Schauen wir mal auf die Zahlen und Fakten. Noten gut, 19.02 mal 3 mal 18.05. Aber der Sepp Grazer, hier sehen wir ihn mit dem blauen Anzug, geht sofort mit ihm in den Container hinein. Er scheint mal auf, als Führender. Ja, unter Vorbehalt, sagen wir mal so. Unter Vorbehalt. Es gibt halt das Reglement, es ist beinhart. Und jetzt muss erst einmal der Iki Ito runter. Der Führende nach dem ersten Durchgang. Mein Gott, der letzte japanische Flugsieg, das war 1999. Noriaki Kasai in Planitza. Und er hat die Chance, der Iki Ito. Wie weit kommt er da runter? Nein, das würde sich nicht ausgehen. Nein, geht sie weit nicht aus. Also den besten Sprung, den hat der Gregor Schlierenzauer in jedem Fall gehabt. Ja, der Iki trotzdem, ja das ist, und bei Rückenwind tut sich natürlich der Iki wesentlich schwerer. War auch gut. Was sagt Sepp Gratzer, was sagt Sepp Gratzer jetzt zum Reißverschluss von Gregor Schlierenzauer? Ja, das ist einfach, das werden Sie das genau anschauen oder vielleicht analysieren. Weil wenn der bis zur Landung zu war, dann war es kein Wettbewerbsvorteil. Aber wenn der wirklich schon in der Luft offen war, dann ist es ein Wettbewerbsvorteil. Und dann werden Sie das wahrscheinlich leider durchziehen. Also, da scheint mal der Dreier auf. Aber, lieber Andi, was die Zuschauer hier im Stadion noch nicht wissen, denn sie jubeln dem Gregor Schlierenzauer zu. Wir bekommen gerade die Nachricht aus dem Materialkontainer. Anzug, Gregor Schlierenzauer, nicht Regelkonform. Ja, wenn das so ist, dann heißt das leider disqualifiziert. Zweiter Sprung, kommt nicht in die Wertung. Null Punkte. Sieg, der Iki Ito. Aber trotzdem, schauen wir uns den nochmal an. Nein, Sieg, Anders Badal. Anders Badal gewinnt vor der Iki Ito, während wir hier noch einmal die Lupe von Gregor sehen. Und er weiß es bei der Landung. Schau ihm ins Gesicht. Ja, der Gregor, das ist ein Vollprofi. Der weiß, wie es Reglement lautet. Das weiß er. Und er, ich glaube, er trägt es mit Hürde. Warte, noch einmal. Meldung von der Materialkontrolle. Anzug von Schlierenzauer, nicht Regelkonform. Ja, die Bestätigung vom Schlierenzauer. Danke. Nicht Regelkonform Anzug. Ja, wie kann denn sowas passieren? Das darf ja nicht wahr sein. Das passiert einfach. Schau, wenn ihm bei der Bindung was gebrochen wird, dann könnte er da oben den schrauben oder dann könnte er das reparieren und kann dann runterspringen. Aber beim Anzug, er hat es eh versucht, so schnell wie möglich. Man hätte da, ja, eine Nähmaschine müssen sie da oben haben. Dann kannst du sie dann zusammennehmen oder irgendwie. Es ist eine Nähmaschine bei mir. Naja, so gewinnt Anders Badal sein erstes Skifliegen. Gratulation an den Norweger.